Aua! Ja! Ich hab einen Ding gut getroffen. Endlich hab ich auch mal was Gutes in mein Leben vollbracht. Ha! Ja, ist Tag! Juhu! Na gut, war jetzt nicht ganz so lange bis zum Tag zu warten. Da haben wir noch mal ein bisschen Lack gehabt. Lack und Leder! Ei, ei, ei! Als kann ich den Grabstein da nicht mal abbauen, oder wie? Oh! Jetzt muss ich erst nach hier oben, oder nach unten, ja gesagt, dann gleich. Ich muss erst meine Sachen holen und dann zurückgehen und den Grabstein abbauen. Das Leben hat es grad nicht gut mit mir. Aua! Oh, das ist ein Slime. Ein blauer Slime. So, blauer Slime. Ich mag dich zwar nicht, aber trotzdem verschwinde ich. Okay, das macht keinen Sinn. Aber wann hat bei mir schon mal was denn gemacht? So. Perfekto. So, bekriegen wir das. Bekriegen? Ja, wir bekriegen uns jetzt ja ein bisschen. Ne, was ich sagen wollte eigentlich, so kriegen wir das jetzt schön hin. Wo ist denn mein Grabstein jetzt gewesen? War das noch im Schneebium, wo ich gestorben bin? Also bisher habe ich ihn noch nicht gesehen. Ich weiß aber, er war irgendwo im Wasser drin. Uah! Weg! Öh! Komm her! Brrrr! Huah! Ah, da kommt das Vieh nicht hoch. Loll! Muss mein Grabstein. So. Godly Copper Swords. Ah, wobei... Es ist eigentlich fast schon besser. Iron Pickaxe, okay, da ist die Iron Pickaxe besser. Das beides dann... Da... Genau, das ist alles hier passend sortieren. Das dahin und das sind so die ganzen... Genau, das kann ich noch anlegen. ...die ein als Accessoire. Boku akuche Accessoire. Ja, wobei, dass er diesen Scheiß schlagt, dann ist das nicht unbedingt besser. Das ist einfach nur, wenn wir dies stechen. Wir sind ja nicht beim... beim Fechten oder so. Wo ist denn jetzt mein Grabstein hin? Ich kann nicht mal meinen eigenen Grabstein finden. Dann müsste er schon weiter sein als hier. Ja. Hm. Aber wo könnte er sein? Auf der Suche nach dem heiligen Grabstein. Hier ist er auch nicht, oder? Nee. Hm. Hm. Ach, da ist er. Ei, ei, ei. Kannst übersehen. Was ist das denn hier? Ist das Goldfisch? Cool. So, wo ist denn hier... Ach, lol. Ist das hoch. Na. Na. So. Da, 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 da. So. Hoffentlich finden wir jetzt hier irgendwelche coolen Materialien, nicht solche Gammelpilze. Na, komm. So. Danke. 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 Und schon haben wir es hinbekommen. Wir sind die Besten. Was sind das hier unten? Das ist Eisen. Ah. Ich habe Eisen gefunden. Glaube ich zumindest. Oder? Ich würde das gerne mal nachgucken. Ja, doch. Das ist Eisen. Juhu. Also, wie viel Eisen. Ich weiß noch nicht genau, wie viel Eisen, äh, Erz, man braucht um so ein ganzes, ja, so ein Block, so ein Bar, wie heißt es mal Eisenbar, ähm, äh, keine Ahnung, das deutsche Wort fällt mir gar nicht ein. Kennt ihr bestimmt die Situation bei einem das deutsche Wort nicht einfällt, aber das englische. Oder in irgendeiner anderen Sprache. Wie? Französisch. Pfff. 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 So. Äh, wer ist das denn jetzt? Ja, doch. Eisenbarn. Genau. Da so ein Ding, äh. Pfff. Pfff. Ja, super. Wie mache ich das denn jetzt hier? Pfff. Pfff. Dann bis da. Dann. Na, komm, weckt ihr scheiß Ranken. So, verpisst euch. Dann von hier. Bis da. Und. Ai, ai, ai. Ich hab's geschafft. So, jetzt kann ich nochmal die Vasen hier kaputt machen. Oder die Töpfe oder was auch immer es ist. Aber ich hab... Oh, ich hab immer noch keine Höhle gefunden. Wo ich mal so richtig reingehen kann. Ich weiß, bei Serraria muss man sich eigentlich eher graben. Aber ich hab nicht schon so tief reingegraben. Denn das ist Stein. Ich dachte grad, das wär wieder Eisenherz. Aber das denke ich jetzt bei... Oder Silber. Aber das denke ich jetzt irgendwie bei jedem Stein. Äh, bin ich hier schon mal gestorben oder so? Oder warum liegt hier so viel... Naja, Geld rum. Hm. Keine Ahnung. Manchmal bleiben Mysterien noch ungelöst. Oh ne, hier ist auch Corruption. Ne. Ja gut, dann muss ich mir wohl... Geh weg, du Scheiß, ne? Ja, man merkt auch sofort... Den Atmosphären wechseln. Nicht von mir aus, sondern von Serraria aus. Die andere Musik. Das andere Aussehen. Die Dornenbüsche. Die Monster! Oh nein, hier will ich nicht sterben. Ich will hier rausspringen eigentlich, aber... Wo ist das fies langsam, ey? Juhu! So. Jetzt schaff ich aber den Sprung. Ach lol. Schaff ich das auch von hier unten? Ne. Mann! Alter! Ah! Aua! Mann! Okay, den Sprung schafft man nicht. Äh, ich brauche einen Block. Aua! Oh! Aua! Oh Gott! Aua! 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 Jetzt tot! Puh! Nein! Ich will doch nur... Oh Gott, das war... Nein! So, ich bin Grabstein genommen. Scheiße, ich hab noch... Okay. Ich kann mich heilen. Oh nein! Nicht zwei Stück auf einmal. Bam! Das... Das war doch mal Skill. Ja! Okay. Wird schnell. Nein! Stehen wir doch... Ich bin genau da im Weg, wo ich hinspringen will! Oh lord. Jetzt wird extra dem Slime ausgewichen. Oh Gott. Ja! Endlich! Bunny muss sterben. Bugs Bunny muss sterben hier. Oh! Ich bin wieder rausgekommen. Ich gehe jetzt einfach nochmal in meine normale Höhle zurück. Und buddel da mal ein bisschen weiter. Hat sich ja total gelohnt hier. Waren drei Stunden Zeitverschwendung. Na gut, ich habe jetzt mal gerade nachgeguckt. Es waren nur 50 Minuten ungefähr, aber... Ist natürlich schon nicht ganz so geil. Ja... Ja, langsam brauche ich auch mal eine kleine Aufnahmepause. Na gut, dann... Gehe ich jetzt nochmal gerade zum Haus zurück. Und dann... Begeben wir uns nach dieser anstrengenden und auslaugenden Suche... nach Hause. Und vor allem nach dieser enttäuschenden Suche. Wir haben fast gar nichts gefunden. Ein bisschen Eisen und Kupfer gefunden, aber irgendwie... nicht die Höhle, die wir hätten finden sollen. Nee, nee, nee. Das habe ich mir irgendwie ein bisschen anders ausgemalt in meinem Traum. Was, du träumst von Terraria? Natürlich... Natürlich, ich werde träumt nicht von Terraria. Terraria... Klingt immer für mich ein bisschen... Französisch. Und wie so sprecher. Ich halte so komisch aus. Je m'appelle, wie gut es war? Si. Ja, man merkt, mein Französisch ist perfekt. Um ehrlich zu sein, kann ich fast gar kein Wort auf Französisch. Hatte es auch nie. Also jetzt schultechnisch gesehen. Ähm... Danke. Oder wir gehen vielleicht nochmal in die Höhle hinein. Aber das werde ich einfach mal beim nächsten Mal entscheiden, wenn ich hier auf dieser schnuckeligen kleinen Map spiele. Äh... Ja, was soll ich großartig noch sagen? Ach, ich komme ja wieder zurück, wenn ich mich auslogge... oder... nicht auslogge, aber wenn ich von der Map runtergehe. Das heißt, es lohnt sich jetzt gar nicht zurückzugehen. Egal, machen wir trotzdem mal. Also kann ich noch ein paar Worte verlieren. Ja, okay, jetzt sind wir sowieso schon zu Hause. Ja, der Vogel kommt zurück. Nein! Ah, das war so knapp. Das war so knapp. Na gut. Genug Völkel gejagt, genug enttäuschende Höhlenlinge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und man sieht es ja auch beim nächsten Mal. Wenn es heißt, let's play! Tyrannia! Haut rein! Manchmal sind Menschen gestört. Du bist immer gestört. Oh ne, das ist ja wertvoll. Haha. Kopperohr. Eigentlich habe ich jetzt schon Tschüss gesagt, ne? Aber ich muss grad hier noch kurz sortieren, deswegen... Geht das hier noch kurz weiter? Also so... Absoluten stellen die ganzen Hasen. Nicht die Hasen! Also wie viel Eisen ich habe. Ich habe mehr Eisen als Kupfer. Na gut, dann verabschiede ich mich hier oben. Ich hoffe, es hat euch gefallen und man sieht es ja auch beim nächsten Mal. Wenn das heißt, let's play Minecraft... Äh... Let's play Minecraft Adventure, wollte ich jetzt schon sagen. Oh mein Gott! Let's play Terraria! Rundrang! ... ...